Aloha, herzlich willkommen zu einer neuen Runde LOL, ganz spontan mit The Ultima, Pulpati Lee Sin und Blitzcranks Clever & Smart. Moin moin. Guten Tag, hallo. Ihr seht bei The Ultima, ich verlinke den Kanal auf jeden Fall unten, ihr seht bei ihm auf jeden Fall einige gute LOL Videos, da solltet ihr mal reinschauen. Und wir sehen uns dann einfach gleich, wenn das Game losgeht. Bis später. So, Dille, und direkt geht's auch schon los. Wir haben gerade entschieden, dass Blitzcrank Gott sei Dank mit auf meine Lane kommt. Weil die haben nämlich ein bisschen rumgeraget hier, schon direkt von Anfang an, ey, Wahnsinn, das wird ja geil. So, ich kaufe ja seit neuestem immer hier dieses Langschwert, ne. Ja, und dann hoffen wir mal, dass die Aufnahme gut geht, ne. Dass es nicht laggt und so. Dass ihr Spaß habt und wir auch. Wieso verstellt die Lay in letzter Zeit immer ihre Stimme so komisch? Ja, ich spiele mit, äh, hier, Ultima. Und der macht das immer. Report Gragas and Jacks going mid, top of feed and... Was? Nochmal, ich hab jetzt nicht alles gelesen. So, Gragas, enter. Praktisch gesehen haben sie gesagt, ja, ein paar, sie gehen auf ihre Lanes oder sie würden feeden. Und halt, sie haben den Loading Screen, also, weil es bei Anfang an gesagt hat, wer wohin geht, haben sie, haben sie falsch, haben sie gelogen und reingeschrieben. Ja, ich hab's erst gedacht. Ja, ich wollt mal gucken, ob hier vorne schon mal drin steht. Oh, sch. Da müssen wir aber hier hin. Oh, oh. Who say it first, fucking, fucking, fucking who say it first. Ich komme! Ich komme! Faking. Kein Wunschdenken. Komm, fucking. Uh, Poolparty, Lee Sin. Ich bin's, Jinx. Ich zeig dir mal was. Was? Warte. Nein. Das zeig dir. Ich kann dich sehen, ich bin blind. Da, komm, lass die mal machen eben. Eins. Zwei. Drei. Vier. Schaff's alleine? Jo. Tschöö. Danke. Ich geh mal noch blitzcrank. Das blitzcrank. Ne. Le blitz. Le grav. Wer ist das denn? Das ist der Cock. Das ist die Luchs. Hey, du Penner. Der ist ja total eklig. Das ist voll der Perverse. Guck mal, der macht mich schon voll runter hier, der Penner. Ich muss schon einen Heiltrank nehmen. Top und Mitte werde ich nicht ganken, nö. Aber dann komm hier runter einmal, wenn du merkst. Ey, verpiss dich, blöd Mann. Das war falsch. Hey, Aschlo. Tada. Ey, war doch nicht Level 3, what the fuck ey. Mein Problem ist nur, dass der Kart 6 schneller im Jungle ist als ich. Ups, CPU. Wie immer. Wie gut er ist. Na komm. Der muss einfach nur Q-Spelling. Der Kart 6-Jungle ist nicht ganz so leicht. Vielleicht schmeiß da mal Wort rein. Ja, das stimmt nicht. Also, er war ja damit immer mein Jungle Main. Und das läuft nicht, weil jetzt ganz genau wie ich was war. Und eigentlich war nichts, wer. Wir haben ja aber deutlich gespecht mit der letzten Abwehr. Ja? Ja. Du Penner. Früher hat man ja AP gespielt mit den Raketen. Aber jetzt ist das Spiel der Unwichtigste geworden. Ich hab ihn. Die sind ganz schön böse hier. Ich hab ihn immer voll auf. Ja gut, das ist voll auf AD. Waa, 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 waa. Ich geh mal back. Toll, Level 2 und ich geh back, ey. Weil die so aggro sind. Kommst du gleich mal ganken? Ja. Ich mach grad die Wölfe, dann komm ich. Okay, sehr gut. Ich hol mir schon mal hier mein, äh, vampirisches Zepter. Och, guck mal. Ich komm mal direkt wieder zu dir hier. Jip. Mit Teleport. Now teleport. Now teleport. Und die drei. Äh, die E. Oh, oh, was ist das denn? Hilfe! Oh, erstes Blut vergossen! Mhhh. Komm keine Runden-Minion. Aaaaah. Le klapp wen? Die sind aber gut hier unten. Nein, ich mein gegen wen. Oh, oh. Oh, oh. Geh drauf einfach. Hier geblieben, Lux. Ja. Oh. Gib sie. Nimm sie dir. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Die töten dich. Die töten dich. Die töten dich. Die töten dich! Ernsthaft. Dreckst dann. Dreckst dann. Wir müssen dieses Mistvieh hier killen. Ich komme. Ist eh nur die Schuld von der Zuflade. Ich wollt ja gar nicht jungle. Das hab aber auch grad keinen Bock auf jungle. Sie ist drauf. Zurück. Ich bin tot. Ey, ich glaube, ähm, die machen uns ganz schön fertig hier unten, ey. Nein, ich glaube, das gewinnen wir. Ja, das gewinnen wir auch, wenn ich gleich irgendwann dann mal Level 15, 16 bin. Und, äh, die mal so richtig fertig machen kann. Dann gewinnen wir das. Aber erst mal feeden wir die ein bisschen. Dass sie sich so in sichern entgegen und dann vorkommen. Yeah. Komm, die kriegst du. Alter, die sind ja sowas von low. Das ist einer der lowest. Und die Lux, die sitzt im Gebüsch. Die Lux ist auch low. Ganz dolle low ist die. Schnapp ihn dir! Kehr da nicht rein? Nö. Kehr da in die Minions. Oh, okay. Der ist doch nicht da. Die Lux war doch total low. Die musste doch back, oder? Alter, die war wirklich back. Scheiße. Wo waren die Karten schon ganken? An top. Hallo. Da ist doch der K6 von Möbelin ordentlich. Kriegst du ihn? Keine Ahnung. Der K partes. Oh sie kaputt! Fuck, man hat mich nicht getroffen. Lacker! Wäre geil, wenn der Rapper jetzt wegfällt. Oder leider nicht. Nö, egal ich hab seinen Blue-Bub. Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhö. Ich kann nicht so weit treffen, ey. Nein, nein, nein. Böser Cock! Die sind gut, ey. Böse Kock. Die sind gut, die sind richtig gut. Und wir sind scheiße. Ich bin dreimal schon gestorben. Der Kock Mau kommt bei so weit. Wir sagen gleich einfach, wenn die Böse was sagen, dann sagen wir, ja, wir mussten jetzt leider feeden, weil ihr ja nicht uns auf unsere Lanes lassen wolltet. Nö. Tja. Hinter dir. Hab's gesehen. Da ist Kha'Zix. Und zur anderen Seite. Coacher. Auf ihn. Das ist nicht dein Ernst, ne. Da, den, da, den. Mit was? Ja. Hättest du den anderen töten sollen. Ich wusste doch nicht, dass der auch da steht. Dann ist dir doch der ganze Tag hergerannt. Ich hab den gar nicht gesehen, ich schwör. Guck in meine Aufnahme. Guck in meine Aufnahme. Ich hab den nicht gesehen. Es ist alles so dunkel da. Und die lachen sich bestimmt kaputt, weil wir so doof sind. Ich wollte ja nicht juggeln. Ich war da gerade gar nicht drauf gefasst, deshalb. Ich kann nur jungle zocken, wenn ich auch gerade Bock drauf hab. Das gehört alles zum Plan, den ich mir klar ausgedacht habe. No. Ja. Ja. Wo ist denn mein Le Grab? Der ist uns gerade am beschützen. Na, 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 ich bin schon wieder fast tot. Ich bin doch schon da. Ich bin da im Spiel. Jax hat mich kaputt getötet. Was ist denn Kog'Maw, der dich kaputt gemacht hat? Jax hat ein höheres Level als der ADC. Ja, Lux ist auch OP. Das Gute ist, ich habe das mal nur Ulti. Wobei, die hatte ich mir ganze Zeit. Aber egal. Verrat keinem. Ist mir so egal. Ist mir so egal. Ich komme gar nicht dazu, zu Level 6 zu kommen. Bin ich schon. Wie machen wir das jetzt? Wir sterben. Oh, gute Idee. Einfach sterben. Einfach sterben. Wir warten, bis die Egner surrendern und drücken dann Ja. Ja, und der Le Grab, der verhaut natürlich jeden Grab. Ist ja geil, wenn er jetzt gegrabt hat, dann wäre die Insel tot gewesen. Ich komme. Hallo, ich komme. Wartet auf mich. We need to go deeper. Boah, Grab, ey. Ich sehe das. Das ist etwas schlechter, ey. Achtung, Kel. Ich brauche jemand, wo ich ranfiege. Danke. Le Grab, Le Grab. Oh. Geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Ich kann gerade nicht. Ich schwöre, ich kann gerade nicht. Du bist tot. So, Level 6 jetzt tendiert und wenn wir starten, werden die anderen beiden auf jeden Fall langen. Eintritt und bis einer von denen starten, damit die alle Ja drücken können. Ja. Oder einfach jetzt gewinnen. Ja! Bravo, wir haben zwei Kills. Wo steht denn die? Ich habe eine Ulti. Irgendwo da, glaube ich. Hier so irgendwo. Okay, ich habe die jetzt einfach mal. Wow. Schade. Ja, weil die doch gerade da reingerannt ist. Nein, die ist eine höher gegangen. Okay. Warum soll die Ulti dann nicht treffen, wenn alles andere daneben geht? Geh weg, ich mag nicht, also nicht dich, sondern den da oben. Den Hessen liegen. Den Rotzer. Auf ihm. Auf ihm mit Gebrüll. Hat uns angekotzt. War, ist der eklig, ey. War vor der Eklige. So, jetzt mal ein bisschen farmen hier. Wenn ich ihn sehen würde, ne? Und dann. Alter, unnormal. Warum hat denn der mich jetzt so schnell gezogen? Na, 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 na. Na, 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 na. Ein Wort. Ich wackele mich lang. Ich glaube, dass das Game gerade macht echt Spaß, muss ich sagen. Danke. Because of us, ne? Ja. Was lustig ist ja, die beiden haben die Lanes bekommen, wie sie wollten. Und weil sie dort sehen. Was auch hinter dir. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft zu sterben. So, jetzt das Riesenschwert. Und dann komme ich. Ja. Ja. Kommt schon. Kommt schon. Nein, geht nicht. Ich habe keine Attacken frei. Ah. Egal. Wir kriegen das hin. Lauf lieber dir die Rolte, ne? Okay, bis dort. Äh, ich komme da sowieso nicht raus. Nicht gegen die drei. Wenn ich nach links laufe, schießt ein Luchs die Rolte. Was? Was? Habt ihr getroffen? Loll, Team. Was ist los hier? Wo seid ihr? Hallo? Ich stecke mich hier. Ich stecke mich hier. Nein, wir fielen nicht. 05, 04, 08. Das ist doch kein... Das ist doch kein... Das fielen überhaupt nicht. Gar kein... Wohin? Komm zu mir! Nein, ich muss mein Red mal vollen. Okay. Ich hole mir das hier alles. Weil er sagt nicht einmal, er ist elf, wenn die Kayle runterkommt, ne? Auf sie, Ley. Mach's ihr gut. Hab ich. Ich brauche den Farm. Ich habe auch keinen Farm gemacht. Ich bin draufgehalten. Ich meine, ich brauche das zum... Für meinen Blutdürster. Aber gleich bin ich wieder halb, halb, halb. Passt, was für einen Blutdürster. Ja, aber passt. Ach, echt? Hör doch auf. Ich tue mal so, als wäre ich alleine hier. Hab ich dich. Auf mich. Bitte, frisst mich. Der ist zu stark. Der ist schon zu stark. Wow! Wow! No! Boah, Kragas, wie schlecht bist du! Jetzt habe ich den aber. So. Jetzt gehe ich zu meinem Tower hier. Und... Welcher Tower? Zu meinem hier. Dann werde ich ihn töten und seinen Blutrausch... Äh... Und so. Ja, die Luchs und ihn auch noch. Fiederrunde, sagst du? Fiederrunde, sagst du? Komm doch einfach hier runter. Wir müssen die jetzt nur... Und dann machen wir unsere Lane. Und dann sagen wir... Haben wir es euch nicht gesagt? Oh, oh, der Tower! Ach, da steht ja der... Uppi... Äh... Dingens. Wie schnell bist du? Als ich? Ja. Wie viel, viel schneller bist du? Ich habe ja auch so eine dicke Waffe zu tragen. Ich bin ein Mädchen. Gib mir doch auch mal ein bisschen was von dem Saft ab. Hallo? Hallo? Das ist mein Kokoschnutschen. Gib mir was von deinem Saft. Mein Herr Kokoschnutsch. Wir sollen vorsichtig sein, sagt Akalus. Ich weiß, der Kokosch, außer irgendwo mit Red Buff. Ja, meine Kuh. Folge durchgeskillt jetzt hier. Wow. Bung. 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 So, ich bin gleich Level 10. Oh, da kommt wer. Ah, da, genau. Ich bin tot. Oh, da kommt noch jemand anders. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe damit nichts zu tun. Wo gehst du eigentlich hin, du? Blitzcrank. Auf deine Lane hier zum Sterben. So nämlich. So muss das. Das, was ich... Ich kenne euch nicht. Das würde ich jetzt auch sagen. Du warst die ganze Zeit auf unserer Seite. Echt jetzt? Auf einmal. Renne, 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 renne. Hey, du Blechroboter. Komm zurück. Blechkiste ab. Ey, aber ich habe einen Kill. Haha. Da kommt was. Hallo, 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 hallo. That is what I say. Nice feed. Why you troll the game. Hey, du, nein, Böse. Geh weg. Ganz viele Böse kommen da. Da kommen sie alle. Ich darf den Tor mal kurz in Scheißegal sein, ne? Mach doch nicht gegen die drei. Oh, ich komme dazu. Du streich nicht an. Hey, Lee. Was willst du? Geh zurück, Alter. Nein. Mach sie fertig. Okay, mach Sachsarambo. Komm, ich komme auch von hinten. In 35 Sekunden ist meine Ulti wieder, Reidi. Die stehen da. Die stehen da. Jo, kann ich mir gar nicht weg. Geh, du, unten rum. Boah, wie ist... Warum ist das denn passiert? Dieser Willi will da daneben. Oh, ich glaube, ich habe keinen Farm. Hast keinen Luglub. Luglub ist gerade aus. Oh, E. E. Drück die E. Ist immer gut. Hey. Die E ist eine Melee-Attacke. Melee? Ne, Gelee? Schmeckt? Boah. Das ist schon fies jetzt, finde ich, ne? Mein erstes normales Game heute. Und ich lüse so fett ab. Ja, das bist du aber nicht schuld. So, ich mach mal kurz den Tower hier. La, 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 la. Du kannst dich eh nicht töten. Du bist so schlecht. Ich komme. Warden. Ich komme, Warden. Ich komme, Mitte. Oh. Oh. Wo ist er denn hin? Weck gesprungen. Da war nichts. Scheiße, sonst hätte ich hier rüberspringen können. Wo ist er denn? Keine Ahnung, ich sehe da nichts. Das ist mein Problem. Da ist der Böse. Hilfe, hinter mir. Hm, scheiß Wort. Ja, ich komme da so nicht drüber, du. Oh. Danke, Lee Sin. Oh, du stirb nicht. Du stirbst. Ja, ich konnte ja nicht zu dir, weil du da lang gelaufen bist und nicht da, sonst hätte ich da mit meiner Weh rüber gekonnt. Ach so. Sorry. Sorry. Ich weiß nicht. Ich dachte, ich komme weg. Nein, ist nicht deine Schuld. Löst, Jigs. Du machst das nicht. So, ich gehe da mal kurz hier hin. Löst, du machst das nicht. Le Klapp, du machst das. Aber ich weiß das. Oh, das ist gar nicht le Klapp. Das war Le Mafia. Ja, ich gehe sofort. Scheiße, wieso habe ich das denn jetzt hier? Kacke. Ich habe jetzt hier... Oh, oh. Das muss weg. Ansicht. Große Symbole. Zu spät. Zu spät. Ich habe jetzt hier so ein komischer Ding ins. Ah, da. Okay. Äh, ja. Das ist der ganze Schnorrer immer. Hallo. Guck mal. Schnorrer. Ey, da warst du tot bei so. Upsala, Moment. So. Ich laufe. Yeah. Yeah, 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 yeah. Ja. Warte. Ich wollte mein Schatz. Echt cool. Billig le embarrassed. Noch nicht. Warte. Vielleicht. Schao. Wie du when? das ist ja 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 Der ist auch down. Oh oh. Oh oh. What's your problem? Komm her. Yolo. Scheiße, daneben. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wer ist tot? Wer ist deutsch? Der Kanzig. Der Kanzig. La da 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 da. Nein, er kommt gerade in die Ecke. Ich schieße ihn wieder zurück. Ich liebe es. Da 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 da. Ich liebe es. Nein. Nein. Le Klapp, du schaffst das, habe ich gehört. Ich habe gehört, du schaffst das. Nein, ich habe es nicht. Geh weg, E-Klappter. Dann macht es so viel Damage. Ich habe gehört, ich schieße einfach mal rein oder was? Ich habe es nicht. Beste. Oh scheiße, wo bin ich? Da. Also ihr seht, dass meine Aufnahme ganz schön laggt, ne? Deswegen bin ich total bescheiden, so. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Ich muss schneller sein. Ich hätte ihn fast gekriegt. Hauptsache, wir haben Spaß. Ich wollte aber nicht sterben. Ich wollte aber nicht sterben. Nein. Geh doch weg. Ich sehe doch nichts. Ich auch. Juhu. Juhu. Ach, geschafft. Ja, wirklich. Hallo, wo sind da böse? Sind da böse? Alle sind noch mehr Deutsche. Keine Gnade. Le Klapp, ich... Le Klapp, das war knapp. Oh, da kommt was Böses. Ach, so ein Kock-Dings da. Hau rein. Ich bin da mal weg, ne? Ich auch. Ah, ich wollte... Ah! Ah! Du! Du! Oh Mann, ich dachte, das klappt. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ich schieße mal! Nein, 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 nein! Schon wieder nicht getroffen, Alter! Du schiehst voll? Oh, das nenne ich Flo-like. Das nenne ich Flo. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Ich will nicht sterben! Ich habe dich gerettet. Danke! Ich habe Angst. Ich will da nicht raus. Ja! 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 Boom! Ja! Ich gehe nicht ohne Kinn hier raus. Aua! Hab dich wieder gerettet. Du bist mein Retter! Ja, meine Lieben. Und jetzt seht ihr mal, wie es ist, wenn man stirbt. Aber wir werden diese Folge auf jeden Fall auf YouTube sehen, denn das ist das beste Beispiel. Man muss nicht immer rumragen, rumragen, wenn es mal nicht so klappt. Man kann bei diesem Spiel auch Spaß haben, wenn man verliert. Und das vergessen einfach zu viele Leute, ne? Also, nehmt euch da ein Beispiel. Und wenn ihr mal mit uns zocken wollt, dann kommt auf ts.longplayer.net. Da sind wir immer vertreten. Dann können wir gerne mal eine Runde zocken. Tschö! Wollt ihr euch verabschieden? Ja! Tschö! Nichts, das spiel ich da rein. Ich kann gar nicht tschüss sagen. Jetzt!